Endlich endet Wenn meine Brüder verletzten ihre Kultur, dann gehen sie in der Kuhn für einen Sinn. Wir verlieren sie twice. Also ich bekomme Hilfe von deinen Leuten. Wir nehmen die Kanarie-Thunder, machen sie ein Achtung, und machen sie es lieben. Aber das... Das ist alles falsch. Du wirst die Leute zu töten? Das ist... nicht lustig überhaupt. Es kann trotzdem funktionieren. Sie sind in deinem Stadt. Sie werden die Vertrauen verletzten und werden sicher die Kanarie verletzten. Ich bin fertig. Ich brauche nur noch ein paar Böden. Ein paar mehr. Ich wusste, dass das passieren würde. Geh auf jetzt! Hier geht's! Ich bin nicht schlecht! Ich bin kein Radfahrer! Geh auf jetzt! Geh auf! Er premt dich! Das ist nicht mühöriges! Es ist genug ich! O-Mann! Was haben Sie schon gesehen? Was haben Sie' und viele Menschen daran gedacht? Da haben die überhaupt gedacht. Können die überhaupt denken. Das ist doch klar. Nur Scheiße. Nur Scheiße. Überall tauchen Gegner aus dem Nichts. Aber völlig sinnfrei. Völlig nervig. Also was ist das für ein Fail? Von dem Spiel hier. Es ist es. Eigentlich ist es gut. Aber gut unterhalten. Nichts Besonderes. Aber sowas zieht das einfach runter. Das ist mein Spiel. Das ist mein Spiel. Let's defy it. Fuck! The other. Die müssen wir nicht mehr tun. Das ist die Beauty. Das ist die Beauty. Das ist die Beauty. Ich komme! So langsam macht das echt nicht mehr so viel Spaß. Das ist einfach unnötig, so was. Einfach nur unnötig. Immer nur Bekämpfe. Wie heißt denn, man wird etwas anderem rumschleichen. Oder Leute überzeugen durch Redenskill oder so was. Das ist so eintönig. Geht hier raus. Survivors sind endlich rausgekommen. Danke, Bersail. Ich glaube, es ist ein Airy Shock. All are forbidden. Es ist dir. Jetzt kommen wir, Airy Shock. Okay. So, I was wrong about our thief. You'll get used to it. They say we were careless with our trap. That this is our fault. But even without the Sarkomech, there would have been death. This elf was determined to lay blame at our feet. Selfishness, want, denial. How do you allow this to continue? If you won't talk straight, then we won't talk. Hold. 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 Das ist interessant. Hast du hier gekommen, um sich zu präsentieren, um sich zu konvertieren? Nein, es war hier nicht erwartet. Ich habe das Ziel, außerhalb von dir zu sehen. Dein Kind kann unsere Rolle ändern, wenn die Kuhn es braucht. Warum nicht ihr mehr interessiert über ihre Unterstützung? Unsere Enemies streben von Shadow, weil sie nicht vor uns stehen können. Das ist nicht eine revelation. Und es geht nicht. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Ich bin hier, um zu verabschieden, was ihr nicht versteht. Es dauert lange genug. Es dauert wie lange, wie es braucht. Kein Schiff kommt. Kein Weg zu der Kuhn. Ich bin hier drin. Du könntest ein Kuhn, bis jetzt. Es geht nicht um ein Kuhn. Wir haben uns verabschieden. Nicht jetzt, nicht die Sarkomech. Vor Jahren. Ein einfaches Verbrechen hat mich gebrochen. Wir sind alle verabschieden von Parvalin, bis ich alleine zurückgebe. Das war unter meinem Schiff. Oh, er wird wütend langsam. Oh, er wird wütend langsam. Ich glaube, das gibt Ärger. Ich will ihn ja unterstützen, aber mal schauen, was da so kommt. Companions. Ah, Isabella. Evelyn. Enders. Okay, dann rede ich vorher nochmal mit denen, bevor ich das im Viscount berichte. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.